Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Alles okay, Nico? Geht es dir gut? Ich habe Schmerzen. Wir sehen uns das mal an. Wo tut es denn genau weh? Ist es das Knie oder das Bein? Der Fuß. Autsch! Haben wir etwas zum Kühlen? Ja, ich hole was. Ich habe mich vor ein paar Wochen auch verletzt. Ich hatte sehr starke Schmerzen am Arm und bin zum Arzt gegangen. Ich glaube, ich habe noch Schmerztabletten. Ich schaue gleich mal nach. Wir bringen dich zum Arzt. Ich gehe jetzt zum Arzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020